Was geht? Haben wir kein Spielchen? Herzlich willkommen zurück zu einer Art Folge. Warum? Keiner lacht, weißt du? Außer Harding. Voll geil. Ich bin Christian. Ach komm, naja gut. Warum denn der Dicke mal ganz unten? Ich sag mal so. Vor allem unten rechts. Das gibt's ja nicht. Sieht unangenehm aus für meinen rechten Hoden. Könnte schmerzhaft enden. Oh Christian, eine Sekunde. Ich habe immer noch viele Fähigkeiten gesehen. Wieso, die kann doch noch liegen bleiben. Mach eine, eine ist cool. Oh oh. Alter, nice. Nein. Warte! Nein! Die Mine ist doch links zu dir reingeflogen. Ich hatte kurz noch die Hoffnung, dass es nicht mehr ist. Aber ich bin nicht vergiftet worden. Wuh! Der wieder geflogen ist, ist einfach voll sexy. Das war... Aua. Was mache ich denn jetzt hier Schönes? Hm... Was bietet sich denn so an... Hm, was könnte ich denn tun? Was könnte ich tun? So, auf den Kleinen drauf gesetzt. Jawoll! Jemand hat mir aufs Köpfchen gemacht. Ich habe letztes schon bei Heroes of the Storm erzählt, mir hat einer in den Vorgarten geschissen. So richtig? Ja, ich war irgendwann nachts draußen und hörte dann so aus dem Gewisch wie einer da rumraschelte. Ich dachte erst, das wäre ein Typ mit Hund. Dann hat er aber, glaube ich, die Hose ausgezogen und dann so... Oh, hoppala. Und dann ist der weggerappend. Voll geil! Machen wir das nochmal. Ach, ist das aber so eklig finde ich, will ich da nicht gucken gehen. Was willst du denn mit dem... Das heißt, ich komme doch nicht rum. Ach, das war dein Plan. Oh mein Gott. Okay. Feuer! Nein! 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 Ach, kommt schon! Kommt doch zu mir! Nein, ich will nicht schwöre. Da kriegen wir schon hin. So warm ist heute nicht. Da kriegen wir schon hin. Ja, genau. Schön, die Tistenlauen nennen. Wo keiner sein will. Eigentlich bin ich auf der Schneemap hier ganz krass. Geil, wenn da Wasser gefrieren würde. Und man dann so runtersliden könnte. Das brauchen die noch. Gibt es eine Freeze Gun oder so? Wo man einfrieren kann. Damit die eine Runde aussetzen oder so. Vielleicht wirst du zumindest... Oder Wasser gefrieren. Das wäre voll geil. Fuck. Ja, gar nicht. Das ist ja wieder unten dran. Jawohl. Lightning Strike, wenn Müllnir beiz... Äh. Ja. Da bleibt nur eins, wa? Fass aufmachen. Fliegen! 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 Ist schon Baseball Schläger hättest du kürzlich wegmachen. Ich glaube nicht, das kann aber euch nicht. Reicht nicht. Reicht nicht. Ausmacht macht mich aber reicht nicht. Ich bin nicht. Ist gar nicht so schlimm. Na, ist schon richtig. Warte ist ein Wasser da unten zu sprechen. Na, so guck' doch raus. Finzerne. Da ist schön warm, weil es wie so ein Penner, der sich wärmen muss. Ich dachte du kriegst Schaden. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Wenn du von ganz oben auf dem Nippel unerspringst, dann kriegst du Damage. Ist das fast kaputt. Oh, das gibt nichts. Ach, fick dich doch. Oh, vielleicht doch. Oh, vielleicht doch nicht. Fuck you. Oh, 5 Schaden. Und Feuer, Feuer ist auch immer gut. So, wir müssen jetzt auch mal mitspielen irgendwie. Alle immer nebeneinander dran sind. Das muss nicht sein, oder? Das kriegst du zurück. Ich nicht, Alter. Das kriegst du zurück. Oh, yeah. Baby, das bricht dir zurück. Penner! Ja, noch mehr Kisten bitte unten hin. Come on, Daddy! Da, ihr Penner! Runter, alle runter da! So. Loll, Alter! Da gehört ihr hin. Dreckige Nirvana. Nicht gut. Wobei der Dicke steht jetzt nicht mehr unter Wasser. Einfach, weißt du, wenn du eine Verstopfung hast, musst du einfach richtig rein spülen. Ich weiß, der Dicke ist dran, ich weiß, da liegt ne Mine, aber irgendwie bin ich auch sehr in Versuchung, das einfach zu probieren. Ich würde einfach jetzt ein Dynamit nehmen und da hinlegen. Auf jeden Fall. Leute, was ist das denn? Das ist immer gut. Wenn das so was sagt. Oh, oh. Nein, 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 nicht piepen. Jetzt ist der gar nicht tief im Wasser. Ihr hattet einmal gepiept, aber dann nicht mehr. Echt? Boah, muss ich gleich schon wieder an den Kühler Kühler? Ah. Ah. Geh her. Aua. Oh, was? Weiß. Alter. Ihr seid so lacher. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht. Oh, hau. Oh. Was macht der denn jetzt? Oh. 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 Du musst drei Wochen um mich umstehen und schießt auf den da unten. Ich wollte eigentlich den gelben treffen. Das fand ich auch komisch. Was hat denn verdammte Scheiße? Was ich da aufgesammelt habe? Ähm. Ne, ne, ne. Nicht nochmal, Bram. Nicht nochmal. Super. Alles schon passiert. Vielleicht da links auf den Zipfel. Ja. Gute Idee. Ich glaub das war. Ja, ich weiß. Mach das doch. Was denn jetzt? Los. Oh Gott. War das dumm. Das war doch klar, dass was passiert. Ne, wieder zuschlagen. Ja. Oh Gott. Ja. Ach ja. Das ist auch so ne Sache, die ich so völlig nicht drauf habe mit dem Ding, ne. So schießt er nicht, schießt er nicht einfach komplett durch, dann wird er schickt. Na, jetzt trifft er. Trifft er auch noch. Ähm. Jetzt. Ja. Alles klar. Hallo, ich bin zumindest ne Ebenen in den Augen gekommen. Ja, der steht richtig gut dafür da. Ich weiß immer noch nicht, was ich da eben aufgesammelt habe. Na, kein Problem. Lass du Zeit haben. Na die AFK? Oh, sorry. Das war ichbeyga-Prenner. Hätte ich mal nichts gesagt. Ja, ja, ja. Hätte ich mal nichts gesagt. Hätte ich mal nix gesagt, ne. Da war gleich 5, 4, 3, 2, 1, ö. Das ist ein schöner minimieren, ja. Ne, hör auf mit dein Handy rumzutippen. Hör auf mit dein Handy rumzutippen. Ja, hör auf mit dein Handy rumzutippen. Ja, hör auf mit dein Handy rumzutippen. Ach shit. Ey. Warte, ich bin nicht das schreckend. Warte, ich bin nicht das schreckend. Warte, ich bin vielleicht noch. Pener. Irgendwie stehe ich nicht so wirklich geil. Ja, komm schon. Rutsch der wieder hoch? Nicht so schlimm. Alter, wie sie alle da auf einem Flick sind. Das ist der Hammer. Ja, guck mal, ob das jetzt ein Flick ist. Bananenbombe braucht noch vier Runden. Nice. Oh, der ist weg. Oh, oh. Ah, schade. Loh, oh. Ägerlich. Hallo. Aber ärgerlich. Ja, machst du nichts. Was ist jetzt schon mal? I want to go. Einfach mal YOLO machen. Du kommst da eh nicht hoch. Das ist mir auch egal. Ja, der Klassiker. Der würde bei dir noch nicht mehr. Das ist, wo du fliegst. LOL. Okay, scheiße. Boah, krass. Du darfst dir das Ding explodieren? Richtig heftig gegeltert. Ja, Mann. Ist es doch. Ist mir explodiert. Ja, aber geiler halt. Sehr, sehr schade. Sala. Bye, bye, lieber A-Z. Liebes Aids Boah Das war aber auch die letzte Sekunde Das war echt die letzte Sekunde Oh Jetzt doch noch das Aids Ja mit 8 HP Ja nicht mehr so viel 5 sogar Man hat noch falsch angekriegt Heieiei Boah die Ecke ist doch so scheiße Das Gericht des Spaßes Das verurteilt dich zu fun Nein Warte bis es zurück läuft Das war richtig geil Oh nein Boah Eil geht auf mich Der hat die Mine gar nicht Alter wie ich einfach nur am schlucken bin gerade Was soll der Kack Manchmal schluckt man einfach Gel So das doch jetzt ein fetter Das müsste doch reichen oder Boah aus dem Wasser raus Keine Ahnung Nicht zum runterhauen definitiv nicht Das könnte reichen Das ist zu weit Was machst du jetzt Nimmst du Anlauf oder Achso Schade Das war wohl nix Jetzt muss ich mich Ja Waren wir nicht sicher Komm jag dich mit dem in die Luft Das ist ein schlechter Scherz Das ist ein schlechter Scherz Was ist denn bitter Geiler Scheiß Was ist denn los Das ist Du kannst doch schwingen und dich mal abspringen Ja eben Du wolltest da wieder hin Das bewege ich nicht zu viel Fall runter wird irgendwie Oh wahrscheinlich Holt zurück Reicht Oh oh Nein der haut nicht runter Der haut nicht runter Nein Nein Das ist so ein Wind Guck mal wie er sich Wie er sich nur mit seinem Paufnabel fest Er hält sich nur mit dem Paufnabel fest Jetzt nicht zu viel Wind bitte Das ist ja wohl ein schlechter Scherz Wie wie Wenn du rauszoomst Wie unereinander aussieht Ja Ich glaube eher Das ist ein Bug Das kann nicht wahr sein Worauf schießt der denn da Ja komm Finishing Was mach ich denn jetzt damit du erzählst Fuck you all Oh scheiß Allah 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 So Pfff Wie war das denn jetzt Einfach nach rechts Ich hab nur noch keine Arka in der Hand Vielleicht bin ich auch gerne Vielleicht bin ich nach rechts geflogen So Next try Ja jetzt Jetzt kriegst du ihn wahrscheinlich runter Das könnte dir jetzt helfen Ja geht doch alter Oh gerade Ja ja komm Ja komm Ja komm Habe ich jetzt auch nur 6 Runden für gebraucht Backenpunch Moment bleibt da stehen Bleibt da stehen Ja dann Und dann machst du den Esel dahin Äh nicht den Esel Den Büffel Nein Den hab ich noch nicht Ne Der ist es Oh Schlechte Scheiße Ach komm ey Kein Bock mehr Kein Bock mehr Oh krass Oh shit Das ist ein Def geht schon aus Oh ja Oh ja Ihr habt halt noch Weißt du Nice alter Komm Vier Würmer sind bislang gestorben Das sind 3 von mir Das blöde ist Da ich mit dem halt nicht da wegkomme Doch in dem Fallschirm und springe nach links Ja Never ever Dreck zünden Dreck zünden bei dem Wind Absolut So weit nach links lenken wie geht Das klappt nicht Alles Klappt doch Die Fallschirmjäger Also ich hab einfach kreative Ideen manchmal Ah die hab ich auch gerade Oh Loll Loll Alter Ach komm So So Da unten rein ballern Ein Schaf oder so Die hol die auch schon Oh Bist auch nicht schlecht Fick dich Fick dich Fick dich Hardy Bist du ein Okay Ich liebe dich Was Loll Loll Ja gut da unten liegt die auch gut Oh tschüss Loll Deine lebt noch ey Zu weit Aber der ist nicht mehr lang Ja ja Aber der ist jetzt weg Der ist jetzt dran Echt Der ist ja nicht schade Wurmwechsel Hast du nicht mehr oder Es ist nur ein Ach komm Einfach mal Ich bringe aber überlegen random Chaos zu veranstalten oder Chaos ist immer gut Eigentlich ist Chaos immer gut Ja aber nicht da Oh Gott Ach der jetzt mit dem Chaos Boah Alter Random Chaos Junge Ich hab mich gegen random Chaos entstehen Bram du weißt schon dass ich den jetzt runter hauen mit Dragon Punch ne Ja aber dann hast du eine Runde verloren Ja das stimmt Und der durchsteppt der nicht Und du bist da oben immer noch ein Ziel Da bin ich ein Ziel Was soll ich denn machen Mein einziger Wurm Boah wenn der allerdings auf die Minden hat Wobei So weit kannst du nicht NEIN Blub blub Da bin wir mal verloren ey Ärgerlich Oh die Kiste Aber wobei Ne so viel Zeit hab ich nicht Eine Wasserbombe könntest du ihn wegballen Ja genau Ne 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 Könntest du den weg machen Ja den schon aber den anderen nicht Nein das kann sein Bevor ich wieder die Chance vertue Ich schmeiß den aber nach vorne den ja genau always 90 43 hat nicht verschwungen Gefeiert Leiner Wurm leider ne Krass wie hatte ich mittlerweile vorne ist eh Das stimmt doch gar nicht Das ist Vollert auf und ab gerade jetzt runterfallen und dann springt er auf die mine auf die mine komische scheiße mit den plätzen hier der link kann auch schweben der steht doch wohl klar da oben drauf ja sich also bei dem sieht man hat wenigstens da droppt er einfach mal ein nicht cool der klasse ich habe das scheiße das war so dumm wieder original jay rausgehauen blödes der ist auch wieder mal kippen fettsack als speister oder was eine bananabombe die neben jay liegen bleibt im arsch werkt mal wenn du einfach auf bram gehst das wäre geil ja echt geil ne ne 5 sekunden du musst da liegen bleiben irgendwie kacke bin zum fall und tschüss boah baby boah junge wie der fliegt boah nice und den nimmt der auch noch mit das maus ist tot LOL 1 hp what the fuck ja was soll man sagen still alive alter was zum fuck das ist echt der overshit der hat die ganze zeit pech der junge und jetzt sollte er noch einer auf ja aber jetzt aber nicht mehr lange ja wow alter das könnte ja noch lange dauern hat die die granate versemmelt wie kann man die denn versemmeln weiß ich nicht wie kann man nicht versemmeln ach alles schon passiert ok die ist zu jaria schaaf ziemlich unlucky schaaf ich bin ushal hahaha wir müssen da weg und da ist braun kannst du per tastendruck eigentlich die richtung ändern ja mit ich habe nichts gesagt ja mit sicherheit ist der noch mal dran kann mich nicht bewegen das ist natürlich ärgerlich ja du musst doch einen teleporter oder so haben das ist dein wurm wer da steht ja weil ich glaube dass grabvater steht nicht mein wurm und ich wüsste nicht was passiert wäre leute wieder ins spiel holen ach komm du scheiß maus jetzt geh nicht nach rechts ja das wäre total random gewesen erreichten das reichten dragon passen egal weg dann ist mir egal egal so so bram 33 und modus activated sagte aber einer gleich weg ist von deine vier leben ja aber auch da muss nur 127 weg machen dann richtig dann schauen sie ja ganz gut aus einfach mit dem ding ja jetzt trifft aber nicht der trifft nicht der trifft nicht der trifft nicht habe ich gesagt dass gar nichts gesagt deine mutter gesagt dass der trifft haben wir auf band du lutscher aber hd macht sich jetzt selber kaputt ja wahrscheinlich aber egal habe ich mal einen weg komm schon survive aber volle pulle ist viel zu weit was ist das denn für eine scheißbanane los ey ganz ehrlich wie kann man denn nur als bananenbombe so behindert explodieren ja ok ist doch klar wenn die halt so lächerlich na gut das überlebe ich nicht aber ein bisschen gegenwinter neee gewonnen ja die hat seine chance zu spüren mal nur los 3 gegen einen halbier bananabombe ist gar nicht so geil bei sowas ohne spaß ich verstehe nicht wieso die ja warum hast du den da geschmissen ja weil das weil ich wie hätte ich dich sonst treffen sollen ich hatte nicht oh lol jetzt habe ich schon weiter gedrückt ja bram hat gewonnen get set oh mein god ja vielen Dank fürs zuschauen bis zum nächsten modrat tschüss tschüss